hallo freunde und herzlich willkommen bei big frank gaming hier ist wieder euer frank mit einem neuen tutorial ja was möchte ich euch heute zeigen ihr habt mal in den kommentaren hinterlassen dass ihr gerne ein brücken tutorial hättet das heißt eine brücke über die ihr drüber laufen könnt und unter der ihr auch drunter herlaufen könnt das ist jetzt gar nicht so einfach gewesen ich musste selbst erst mal lange nachdenken und suchen wie es geht es gibt im internet einige tutorials dazu und es gibt auch diverse lösungsansätze aber ich habe bis jetzt nur eins gefunden das wirklich gut verständlich war und funktioniert hat und dieses video dieses tutorial hat hauptsächlich parallel events gearbeitet parallel events haben natürlich immer ein problem sie setzen die performance runter egal ob er am pc oder an der konsole spielt das ist eigentlich relativ egal die performance wird durch parallel events immer beeinträchtigt ja das bedeutet natürlich parallel events werden ja ständig abgefragt gerade bei der switch die ja ein ziemlich begrenztes system hat ist das natürlich echt ein problem ja die switch ist nun mal nicht so leistungsfähig wie eine ps4 oder eine ps5 oder pc ihr seht jetzt hier wir können wunderbar über die brücke drüber laufen sieht schön aus so böse münder werden jetzt behaupten ja klar das kann ich auch bauen aber ihr könnt hier nicht nach links nicht nach rechts ja auf keinem feld egal wo er hin versucht hier geht es doch ja da habe ich ein event eben verbastelt ja ja okay das muss ich wieder rückgängig machen ja vorführeffekt ich muss aber auch alles ausprobieren jedes einzelne feld so ihr könnt auch unter der brücke durchlaufen krass oder und ihr könnt hier nicht wie man sich jetzt vorstellen könnte dass sie hier unter die brücke gehen dann nach unten ihr hört ich drücke oder gehe hoch es geht nicht ihr seht auch hier dass der kopf da an der stelle ein bisschen rauskommt dass der charakter da nicht durchlaufen kann so aber wie machen wir das wie geht das ist eigentlich gar nicht so schwer ja so ich gehe hier mal gerade erst mal wieder aus dem menü raus ich habe wieder playstation spielt merkt ich komme wieder mit dem controller nicht richtig klar so die ganze sache ist eigentlich einfacher wie man sich das denken mag im ersten moment sieht das kompliziert aus und es ist aber absolut nicht schwierig ja einmal ein bisschen darüber nachgedacht wenn uns verstanden hat ist es gut wir brauchen für diese brücke ja events so ich zeige euch mal hier so ein brücken event ja da haben wir als bild die brücke eingestellt der auslöser ist hier an dieser stelle parallel weil die brücke muss immer parallel sein ihr wollt ja immer wissen bin ich über dem charakter bin ich unter dem charakter ja und die brücke ist normalerweise wenn wir drüber laufen unter dem charakter jetzt haben wir aber hier oben habt ihr vielleicht schon gesehen eine zweite event seite angelegt die fragt ab ob der schalter über spieler an ist auch ein paralleles event natürlich so der schalter über spieler bestimmt ist die brücke über oder unter dem spieler ihr könntet den schalter auch unter der brücke nennen ja oder unten und oben das bleibt euch überlassen ist der schalter also an die brücke über dem spieler dann ist die priorität über charakteren von dem bild ja und dadurch dass das dann über dem spieler ist ist das bild natürlich auch drüber da könnt ihr drunter her laufen ist die zumindest so aus so damit der spieler nicht links und rechts raus rennen kann ja also hier kann das ja und hier kann das nicht also zeige ich euch erst mal das richtige haben wir hier ein event das könnt ihr einfach so ganz normal stehen lassen wie es erstellt wird da braucht ihr kein bild für gar nichts auslöser ist auch egal die priorität ist wie charaktere es sei denn der schalter über dem spieler ist an dann ist hier bei optionen der durchgang aktiviert mehr braucht ihr nicht machen dass hier nicht auf parallel stellen das reicht wenn es auf aktionstaste steht ja durch ein event also eine truhe könnt ihr ja nicht durchlaufen es sei denn ihr habt den durchgang aktiviert und das haben wir nicht gemacht und hier habe ich den fehler gemacht ich hatte das eben ausprobiert weil ich der meinung war das müsste auf parallel stehen muss es aber nicht dann das muss auch nicht unter charakteren stehen sondern wie charaktere so hier ist einfach nur der durchgang aktiviert dieses kleine häkchen hatte ich eben wo ich alles noch mal kontrolliert habe nicht gesehen darum hat das nicht funktioniert das verwerfen wir jetzt aber nicht das wollen nämlich speichern okay so wir müssen natürlich auch oben und unten noch blockieren ja das heißt dieses brücken event habe ich hier auch als 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 event gemacht könnten wir aber machen wir später das lassen jetzt gerade mal kurz links liegen mir ist nämlich gerade was eingefallen hier unten das müssen wir natürlich auch machen ja wir müssen hier sagen ist der schalter über dem spieler an dann ist dieses event da mehr brauchen wir nicht machen ja dann ist die priorität wie charaktere fertig so hier habe ich den fehler gemacht hier habe ich ein event eingesetzt ja hier kann ich einfach das bild rausnehmen aus dem kachel set das bild soll weg zack und setzt das stück der brücke einfach wirklich über den teils der editor ein so gerade kurz gucken wo war die brücke wo war die brücke da ist sie ja dann kann ich das hier nämlich auch übers teil set einsetzen hier ist nämlich auch ein event gewesen ich habe die komplette brücke als event gemacht das event kann ich einfach löschen weil da kann ich ja eh nichts machen ja ich habe ja hier die wände da kann der spieler ja eh nicht durchlaufen ich muss nur verhindern dass er hier durchläuft das ist im prinzip der eingekesselte bereich der brücke die beiden hier muss ich jetzt in meinem fall weil ich ja hier die wände habe nicht einkesseln mit events würde die brücke jetzt nach links oder rechts machen dann müsstet ihr natürlich auch einkesseln was diese drei events sind hier könnt ihr euch wahrscheinlich denken ja ihr seid hier unten am ende der treppe das heißt bei spieler berührung wird der schalter über dem spieler angeschaltet so dass ihr im prinzip unter der brücke durchlaufen könnt das event darüber ist natürlich entsprechend über spieler schalter aus ich zeige es euch damit ihr nicht sagt nachher ich hätte vielleicht irgendwas anders gemacht ja über spieler aus schalte ich über spieler aus passiert ja genau das was in den events vorher programmiert worden ist das heißt diese events hier werden auf den spieler und durchgängig gesetzt diese sechs hier die sind auf und durchgängig und das hier die drei werden auf die gleiche ebene wie der spieler gesetzt oder unter den spieler so die neuen events hier im prinzip sind aktiv wenn der schalter über spieler an ist ja die gehen auf die gleiche ebene die äußeren und die inneren gehen unter den spieler so ist der schalter aus hier unten greifen eigentlich nur die beiden hier also die komplette rei events eigentlich der tatsächlich das hier sind die beiden also die oben und unten das sind die block events dass der spieler nicht aus dem teil set hier unten wenn ihr hier an kommt hier rein laufen kann oder die oben rein laufen kann ja über die brücke und die brücke muss natürlich über den spieler gesetzt werden hier hinten habe ich das selbe event noch mal gesetzt um sicherzustellen wenn der spieler aus irgendwelchen gründen von oben kommt und geht eine treppe runter und ich habe das vergessen ja dass die brücke auf jeden fall über den spieler gestaltet wird so ich kann euch das jetzt noch mal zeigen dass das jetzt auch funktioniert hat und ich hoffe ihr könnt damit eure spiele so ein bisschen hübscher gestalten noch ja weil das war mir doch nach dem letzten mal wo wir über die sounds geredet haben da sind ja auch die frage wofür brauche ich schritt so uns ja brauchst du nicht sieht einfach schöner aus hört sich schöner an die brücke hier könnte man auch durch durch level design gestalten hier oben kann ich nicht raus hier und kann ich nicht raus alles ist tutti so jetzt gehe ich auf die brücke drauf wunderbar das klappt nicht mist was habe ich vergeigt ich dachte ich hätte es eleganter gelöst ich habe es nicht eleganter gelöst okay da müssen wir noch mal schauen jetzt jetzt habe ich nämlich wieder irgendwas zerhackt hier zum editor sorry leute ja gut wenn ihr dran geblieben seid ich bin ja sowieso dafür dass ihr meine videos bis zum ende guckt weil nur dann bringen sie mir wirklich viel so jetzt muss man kurz schauen was ist hier schief gelaufen das sollte eigentlich nämlich nicht schief laufen so ja ist der spieler überschalter ja hier müssen wir natürlich den durchgang auf anschalten es sei denn der schalter überspieler hier braucht man kein bild auch hier braucht kein bild der zweiten seite vom kachel set aber ist der schalter überspieler an dann ist die priorität wie charaktere so damit er nämlich nicht durchlaufen kann ich hatte eben die zweite seite des events scheinbar übersehen jetzt muss es aber funktionieren ja wie gesagt ihr könnt ihr gerne mit kommentaren hinterlassen wir noch weitere fragen habt ich versuche mich dann zeitnah darum zu kümmern und ja ich habe auch die geschichte mit dem level system im kopf noch die wird als nächstes bearbeitet hoffe ich mal wenn ich darauf eine passende lösung treffe seht ihr wir können durchgehen alles geht links rechts können wir nicht laufen so wie es sein sollte und hier noch mal gucken hier können wir natürlich auch nicht oben rein laufen nicht unten rein laufen alles ist gut die brücke funktioniert jetzt haben wir es auf jeden fall raus wie gesagt es ist in den kommentaren falls ihr das gesehen habt schon die frage aufgekommen mit dem level system das heißt wenn ich auf level 10 den charakter abgebe im gasthaus und kriege den auf level 50 wieder dass der dann nicht auf level 1 ist oder auf level 10 das habe ich so selber noch nie programmiert mit den charakteren das muss ich mir also erst noch genauer angucken ich bin mehr so derjenige der ja der single player ich mache das nicht so mit so extrem vielen charakteren und so das wird mir dann auch zu umfangreich darum habe ich mich da selten mit beschäftigt aber ich werde mir das natürlich für euch angucken und wer das für euch rausfinden wie das geht ja also die charaktere sollten dann im prinzip wenn ihr sie wieder mitnehmt auf dem selben level sein wie wie eure eigentlichen hauptcharaktere macht sinn und das werden wir auch irgendwie lösen können so jetzt noch mal zum abschluss dankeschön dass ihr dabei gewesen seid ein kleiner hinweis noch auf gameolution.de ja da läuft gerade ein gewinnspiel für filme schaut mal rein die chancen sind gut ihr könnt gerade drei film gewinnen einmal ist ein actionfilm einmal ist ein horrorfilm und einmal ist ein cyber thriller so ein bisschen politmäßig ja the outpost vigil und dark justice ja das sind eigentlich drei gar nicht so schlechte filme schaut mal rein die könnt ihr da gewinnen würde mich freuen wenn ihr teilnehmt und wenn nicht abonniert wenigstens mein kanal hinterlassen netten kommentar sagt einfach mal hallo oder so ja dann freue ich mich auch wenn ich wieder viel zu tun kriege eure kommentare zu beantworten so die nächste folge apg maker tutorial wird vermutlich nächste woche montag dienstag kommen übers wochenende muss ich leider komplett arbeiten da kann ich aber wenn ich glück habe die folge schon mal vorbereiten ja wir werden sehen wie viel zeit ich habe ich versuche wieder mehr andere videos zu bringen wenn ihr bestimmte let's play videos sehen wollt sagt mir bitte einfach bescheid ich kümmere mich dann darum dass wir hier was anderes noch machen können außer nur apg maker gut danke dass ihr dabei gewesen seid abonniert den kanal macht mir eine kleine freude gibt einen daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten mal wieder ich bin raus für heute euer frank von big frank gaming ciao ciao